Hallo Martin, alles in Ordnung? Katharina, ich stecke im Stau und komme wahrscheinlich erst später. Denkst du bitte an den grauen Anzug, der ist noch in der Reinigung. Könntest du ihn heute noch holen? Aber du hast doch gesagt, dass du heute Nachmittag wieder da bist. Mir ist etwas dazwischengekommen, es tut mir leid. Ich weiß, du kümmerst dich um den ganzen Haushalt und um Benjamin, aber vielleicht schaffst du es ja am Nachmittag. Du bist gut. Um 14 Uhr kommt der Klempner. Die Heizung muss doch repariert werden. Dann treffe ich mich mit den Leuten vom Elternverein. Wir wollen das Schulfest planen. Davon hast du mir aber gar nichts erzählt. Ach Martin, worüber reden wir denn die ganze Zeit? Ich habe manchmal das Gefühl, dass es dir egal ist, ob die Heizung funktioniert oder nicht, weil du sowieso fast nie da bist. Für mich ist es echt nicht lustig, dass Benni und ich immer allein sind und auf den Papa warten müssen. Ich möchte mich einfach auf dich verlassen können. Immer gibt es einen Grund dafür, dass du nicht pünktlich nach Hause kommen kannst. Heute ist es ein Stau, dann ist es wieder ein Termin. Katharina, du weißt doch, dass ich den Chef schon mehrfach auf das Problem hingewiesen habe. Ich bemühe mich wirklich um die Versetzung in den Innendienst, in unsere Filial in Hamm. Aber so schnell geht das eben nicht. Und da glaubst du wirklich an eine Änderung? Ja, ich bin mir sicher, dass dann alles viel einfacher wird und ich mehr Zeit für euch habe. Du weißt doch, dass ich mit unserer jetzigen Situation auch nicht glücklich bin. Ich weiß. Aber ich kann mich einfach nicht daran gewöhnen. Aber dann hoffen wir mal auf bessere Zeiten. Also, eine gute Heimfahrt. Und pass auf dich auf. In Ordnung. Ich freue mich auf euch. Architekturbüro Weber, Regner am Apparat. Guten Morgen, Herr Dr. Regner. Hier ist Martin Fechter von der Firma Fenestra. Ach, Herr Fechter, guten Morgen. Schön, dass Sie zurückrufen. Ich habe vorhin wegen der Fenster angerufen. Wir haben ja übermorgen einen Termin zur Vertragsunterzeichnung für den neuen Auftrag. Nun gab es aber letzte Woche diese Panne. Da hatten Sie uns falsche Fenster geliefert. Verstehen Sie mich bitte richtig? Einerseits schätze ich Ihren Service sehr. Andererseits darf so etwas wirklich nicht passieren. Das gibt enorme Probleme. Daher meine Frage. Ist die Sache inzwischen geklärt? Wie ist der Stand der Dinge? Herr Dr. Regner, ich verstehe zwar Ihre Bedenken, aber ich kann Sie beruhigen. Herr Bertel, Ihr Bauleiter, hat die Fehllieferung reklamiert und wir haben dann sofort reagiert. Die richtigen Fenster wurden gleich auf die Baustelle geliefert. Unsere Firma arbeitet in der Regel nicht nur pünktlich, sondern auch absolut zuverlässig. Das kommt so sicher nicht mehr vor. Dann kann ich mich also auf Sie verlassen? Ja, natürlich. Sie können sich voll und ganz auf uns verlassen. Bitte entschuldigen Sie die Ihnen entstandenen Unannehmlichkeiten. Sie müssen weder finanzielle noch terminliche Probleme befürchten. Ich freue mich, dass das Problem gelöst ist. Vielleicht können wir in Zukunft mehr Fragen immer gleich direkt miteinander klären. Das geht ja sowohl per Mail als auch telefonisch. Je mehr wir miteinander kommunizieren, desto weniger Missverständnisse können entstehen. Kein Problem, Herr Dr. Regner. Das können wir gern so machen. Dann sehen wir uns also übermorgen hier bei uns zur Besprechung des neuen Auftrags und zur Vertragsunterzeichnung. Ja, ich bringe die nötigen Unterlagen mit. Also bis übermorgen, Herr Fechter. Auf Wiederhören. Vielen Dank für das Gespräch und auf Wiederhören, Herr Dr. Regner. Hallo, Mara. Was für eine Überraschung. Hallo, Elli. Du, ich habe schlechte Nachrichten. Mein Besuch bei dir in Wien. Daraus wird leider nichts. Oh nein. Warum denn? Ich habe mich so darauf gefreut. Ich mich auch. Es ist wirklich schade. Aber ich muss in Köln bleiben. Clara hat sich beim Hockeyspielen ein Bein gebrochen. Und Franz musste spontan auf eine Dienstreise nach Frankreich. Ach je, das tut mir leid. Deine Tochter lässt echt nichts aus. Hatte sie nicht erst letztes Jahr einen Skiunfall? Erinnere mich bloß nicht daran. Das war vielleicht eine Geschichte. Sie muss echt besser aufpassen. Aber davon will sie natürlich nichts hören. Das passt ja bestens zusammen. Der Mann außer Haus und die Tochter krank. Zack. Kommt ihr denn alleine klar, ihr beiden? Ja, das geht schon. Clara braucht erst einmal Krücken. Darum werde ich mich morgen kümmern. Hm, du. Ich hätte da eine Idee. Ich hatte ja mit Anton darüber gesprochen, dass ich wenig Zeit haben werde, wenn du zu Besuch kommst. Ich denke, er und die beiden Buben können auch einmal ein Wochenende darauf verzichten, von mir umsorgt zu werden, oder? Worauf willst du hinaus? Wir können die Reise einfach umdrehen. Und ich komme zu dir nach Köln. Ah, das würdest du machen? Aber das wäre total langweilig für dich. Ich kann ja kaum etwas mit dir unternehmen. Das ist doch egal. Hauptsache, wir sehen uns und können ausführlich quatschen. Außerdem komme ich so wieder einmal nach Köln. Darauf freue ich mich auch. Du bist ein Engel. Egal, was passiert, ich kann mich immer darauf verlassen, dass du für mich da bist. Dafür bin ich dir so dankbar. Das ist doch selbstverständlich. Dann bist du nächste Woche bei uns in Köln. Ich freue mich. Ich mich auch. Und gute Besserung für Clara. Finestra GmbH Ramira Demel. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Arslan hier, von der Firma Bartsch. Hören Sie, können Sie mich mit Herrn Fechter verbinden? Ich erreiche ihn nicht. Ja, das tut mir leid. Er hat einen Termin. Kann ich ihm etwas ausrichten? Oh ja, das können Sie. Wir warten jetzt schon seit drei Tagen auf die bestellten Schließstücke für die Sicherheitsschlösser. Herr Fechter hatte uns eine Lieferung bis zum 16. August zugesagt. Wir brauchen sie dringend, sonst können die Fenster nicht montiert werden. Moment, Herr Arslan. Ich schaue mal nach den Aufträgen. Ja, hier. Sie haben am 11. August acht Schließstücke bestellt, richtig? Genau. Und heute ist schon der 19. Ja. Oh, ich sehe gerade, es waren nur noch sechs Stück im Lager. Deshalb ist die ganze Lieferung nicht rausgegangen. Oh je, das tut mir leid. Morgen wird unser Lager aufgefüllt. Dann können wir alle acht liefern. Oder soll ich veranlassen, dass die sechs Schließstücke noch heute rausgehen? Nein, das nützt mir nichts. Ich wäre Ihnen aber sehr dankbar, wenn die Lieferung morgen per Eilsendung an uns ginge. Wegen der Kosten möchte ich auf jeden Fall nochmal mit Herrn Fechter reden. Das ist alles sehr ärgerlich. Natürlich. Wir bedauern die Verzögerung sehr. Herr Fechter wird Sie so schnell wie möglich zurückrufen. Auf Wiederhören, Herr Arslan. Es ist 19.30 Uhr. Die Nachrichten. Guten Abend, meine Damen und Herren. Münchens Bürgermeister gab heute in einer Pressekonferenz bekannt, dass München erneut zur Stadt mit der höchsten Lebensqualität in Deutschland gewählt wurde. Er freue sich darüber, dass die hohen sozialen Standards, die gute Infrastruktur und die kulturellen Angebote, die München bietet, international anerkannt werden. Die Studie von Mercer vergleicht jedes Jahr 230 Großstädte. Untersucht werden dabei 39 Kriterien, die entscheidend sind für eine gute Lebensqualität. Dazu gehören unter anderem politische, soziale, wirtschaftliche, aber auch Umweltfaktoren. Weltweit liegt München damit auf Platz 4. Die ersten drei Ränge Wien, Zürich und Auckland. Zur Wirtschaft. In Frankfurt treffen sich an diesem Wochenende Spitzenmanager aus ganz Deutschland und diskutieren darüber, wie sich deutsche Unternehmen für die globalen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts fit machen können. Die deutsche Wirtschaft hat sich zwar in den letzten Jahren trotz Finanzkrise gut entwickelt, muss aber weiterhin wettbewerbsfähig bleiben. In einer Reihe von Präsentationen wurden Faktoren diskutiert, die für den Erfolg oder Misserfolg entscheidend sind. Zu den Erfolgsfaktoren zählt natürlich auch, wie man die Firmenorganisationen auf den internationalen Wettbewerb ausrichten kann, um schneller und flexibler reagieren zu können. Neue Arbeitsformen Mobiles Arbeiten hat inzwischen auch in Deutschland viele Unterstützer. Der Finanzminister sagte anlässlich des Homeoffice-Tags heute, orts- und zeitunabhängiges Arbeiten trage zum Wachstum der Wirtschaft bei und schaffe neue Arbeitsplätze. Viele Unternehmen setzen schon sehr lange auf das Konzept Homeoffice. In vielen Firmen könnten die Mitarbeiter mithilfe von Notebooks überall gleich produktiv arbeiten. Zu Hause, auf einer Geschäftsreise oder beim Kunden. Die Mitarbeiter könnten dadurch Berufliches und Privates besser vereinbaren, betonten Manager großer Unternehmen. Sie seien produktiver und zufriedener. Und davon profitiere auch das Unternehmen. Neuer Aktionsplan vorgelegt Angesichts steigender Zahlen von Asylsuchenden in Deutschland wird das Thema Integration immer wichtiger. Deshalb haben Bund, Länder und Gemeinden einen nationalen Aktionsplan für Integration entwickelt. Die Entwickler des Plans gehen davon aus, dass erfolgreiche Integration dann gewährleistet ist, wenn die Zuwanderer über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen, um im Arbeitsleben, in Aus- und Weiterbildung sowie beim Kontakt mit öffentlichen Einrichtungen zurechtzukommen. Außerdem wird erwartet, dass die Zuwanderer die deutsche und europäische Rechts- und Werteordnung anerkennen und einhalten. Fest steht, auch in Zukunft wird die Zuwanderung den Prognosen zufolge die Bevölkerungsentwicklung Deutschlands bestimmen. Zum Sport Der Streit um die Fußball-WM in Katar 2022 geht weiter. Der Fußball-Weltverband FIFA hat entschieden, dass die Weltmeisterschaft nicht wie üblich in den Sommermonaten stattfinden kann, weil es wegen der hohen Temperaturen von bis zu 50 Grad dann zu heiß ist. Deshalb wurde die WM jetzt auf November und Dezember 2022 verlegt. Diese Entscheidung gefällt allerdings den europäischen Fußball-Ligen nicht, denn in den Wintermonaten finden die Klubwettbewerbe statt. Die Klubs erwarten deshalb von der FIFA, dass sie für den wirtschaftlichen Schaden, der durch die Unterbrechung der Ligaspiele entsteht, eine Kompensation erhalten. Und nun zum Wetter. Heute ist es im ganzen Land kühl und unbeständig. Wolken wechseln mit Sonne und es gibt stellenweise Regen oder Graupelschauer, vor allem im Bergland, wo es oberhalb von 900 bis 1200 Metern bereits schneit. Morgen, Sonntag, bleibt es kühl. Dafür scheint oft die Sonne. Der Nebel, den es anfangs an Flüssen und Seen gibt, löst sich rasch auf. Nach einem zum Teil frostigen Start erreichen die Temperaturen meist 8 bis 15 Grad. Die weiteren Aussichten. Am Montag recht sonnig und wärmer mit Höchstwerten zwischen 12 und 21 Grad. An den Küsten kräftiger Nordwestwind. Und am Dienstag oft sonnig bei 13 bis 22 Grad. Der Wind lässt nach und dreht allmählich auf Nordost bis Südost. In Kürze fährt ein der ICE 571 von Hamburg nach Stuttgart via Frankfurt am Main und Mannheim. Vorsicht bei der Einfahrt. Ach, hier sind unsere Plätze. Oh toll, sogar mit Tisch. Hast du Kaffee dabei? Ja klar. Ich habe auch Tassen und noch etwas von dem Vollkornapfelkuchen. Liebe Fahrgäste, aus technischen Gründen ist unser Bordrestaurant heute leider geschlossen. Wir bitten um Entschuldigung. Alma, das war echt schlau, dass du reserviert hast. Morgens um 10 im ICE 571, der von Nord nach Süd durch das ganze Land fährt. Ich steige ein und schaue mich mal um. Schon auf den ersten Blick sieht man, dass ganz unterschiedliche Menschen unterwegs sind. Studenten, einzelne Reisende, von denen sicher viele auf dem Weg zur Arbeit sind. Und diese Gruppe von vier Frauen fällt sofort ins Auge, oder besser gesagt, ins Ohr. Gut, dass wir unseren eigenen Kaffee dabei haben. Du, das ist eine ganz tolle Röstung. Möchtest du noch ein bisschen was? Das ist der Arabica. Ja, gerne. Danke. Mensch, bin ich froh, dass ich mal rauskomme. Seitdem wir auf dem Land wohnen, bin ich ziemlich isoliert von den Freuden der Großstadt. Kein Schaufensterbummeln mehr und auch kein fröhliches Getränk im Ausverkauf. Na, das können wir ja heute ausgiebig machen. Das Ziel der Reise scheint ein gemeinsamer Einkaufsbummel zu sein. Ich vermisse auch die vielen Kaufhäuser. Da gab's wenigstens noch geschulte Verkäuferinnen. Die haben einen immer richtig gut beraten. Jetzt kaufe ich fast alles nur noch im Internet. Mache ich auch, obwohl ich im Zentrum von Kassel wohne. Aber es ist doch viel bequemer, so von der Couch aus. Du hast aber recht. Ohne Beratung geht es auch bei mir manchmal echt daneben. Aber man kann ja alles wieder zurückschicken. Oder doch nicht, da die Damen im Netz shoppen? Mein Freddy schimpft dann aber immer. Er sagt, das wäre total unökologisch. Die ganzen LKWs, die die Waren etliche Kilometer herumfahren und am Ende schicken wir sie auch noch zurück. Ja, schon, aber was soll ich machen? Bei meinen Arbeitszeiten und den Ladenöffnungszeiten ist entspanntes Shoppen in der Woche für mich kaum machbar. Umso schöner, dass wir heute gemeinsam losziehen. Sag mal, kaufst du auch Lebensmittel im Internet? Ich gehe immer in den Bioladen. Oh, Bio. Glaubst du wirklich, dass da immer Bio drin ist, wenn Bio draufsteht? Also bei uns im Viertel gibt's keinen Bioladen. Aber ich kaufe immer auf dem Markt. Da ist alles frisch. Aber nur, wenn du auf einem echten Bauernmarkt bist. Sonst kommt das Obst und Gemüse nämlich auch nur aus der Großmarkthalle. Sagt zumindest mein Freddy. Mensch, hör doch mal auf mit deinem Freddy. Ja, ist ja gut. Die meisten Männer gehen doch nie einkaufen, aber sie wissen alles besser. Ha, genau. Deshalb gehe ich auch lieber allein. Und er hängt dann immer in Baumärkten rum. Das stimmt meiner auch stundenlang. Und bei Baumärkten geraten Männer echt ins Schwärmen. Das Sortiment und die Schrauben und die Lacke. Ja, das finde ich absolut nachvollziehbar. Ich liebe Baumärkte auch. Ha, mit der Frau würde ich auch mal einkaufen gehen. Aber ich möchte nun wirklich wissen, was genau Ziel und Zweck der gemeinsamen Reise sind. Entschuldigung, wenn ich Sie störe, meine Damen. Ich komme von Radio 200. Wir machen eine Sendung zum Thema Menschen unterwegs. Darf ich Sie fragen, wohin die Reise führt? Machen Sie vielleicht eine Shopping-Tour? Ja, klar. Shoppen und... Genau. Mein Sohn braucht Turnschuhe. Und es müssen natürlich Markenschuhe sein. Die sind da viel günstiger. Wieso denn Markenschuhe? Glaubst du wirklich, die sind besser? Nein, aber da sind die anderen Kinder in der Schule. Die machen Druck. Wenn du keine Markenklamotten hast, gehörst du nicht dazu. Sehen Sie, Shoppen ist durchaus ein Thema. Aber uns geht es vor allem darum, einen schönen Tag miteinander zu verbringen. Wir kennen uns schon sehr lange, wohnen aber mittlerweile relativ weit auseinander. Und da ist ein Ausflug genau das Richtige. Und wir gehen ja nicht nur shoppen. Clara, hat das geklappt mit dem Musical? Ja, ich habe vier Karten. Oh, echt super. Also Mädels, auf unser Wochenende. Aufs Wochenende. 1. Echt schlau, dass du reserviert hast. 2. Schon auf den ersten Blick sieht man, dass ganz unterschiedliche Menschen unterwegs sind. 3. Seit wir auf dem Land wohnen, bin ich ja von den Freuden der Großstadt ziemlich weit weg. 4. Im Kaufhaus bin ich immer richtig gut beraten worden. 5. Das ist sehr bequem. 6. Klar, da ist mir auch schon einmal etwas völlig daneben gegangen. 7. Das Online-Bestellen ist total unökologisch. 8. Bei meinen Arbeitszeiten kann ich unter der Woche kaum in Ruhe einkaufen. 9. Ich gehe immer auf den Markt, da ist alles absolut frisch. 10. Wir kennen uns schon sehr lange, wohnen aber mittlerweile relativ weit auseinander. Ah, Tobias, du bist also fleißig. Schreibst du an deinem Referat? Hier, ich habe dir deine Lieblingsschokolade mitgebracht. Oh, danke. Aber Mama, das ist, also das ist die Falsche. Aber wieso? Vollmilchnuss. Die hast du doch immer gern gegessen. Ja, schon. Aber es geht um die Marke. Diese wird nicht fair gehandelt. Fair gehandelt? Ist das so etwas wie Bio? Naja, also es geht um Produkte, die das Fair-Trade-Siegel haben. Das ist so ein grün-blaues Symbol mit einer Figur in der Mitte. Wenn dieses Siegel drauf ist, weiß man, dass man für ein Produkt einen fairen Preis bezahlt. Also zum Beispiel für Kakao. Das gibt es inzwischen bei vielen Sachen. Schmuck, Textilien, Spielzeug oder Kleidung. Aber eben auch bei importierten Lebensmitteln, wie Kaffee, Tee, Schokolade, Wein. Aha. Fairer Preis. Das heißt, die Sachen mit dem Siegel sind teurer? Ein bisschen, aber damit erreicht man auch etwas. Das Gute an Fair-Trade ist, die Produzenten bekommen einen Mindestpreis für ihre Waren. Auch dann, wenn der Preis auf dem Weltmarkt niedrig ist. Also was weiß ich, zum Beispiel immer 3,50 Euro für ein Kilo Kaffeebohnen oder so. Aha. Außerdem werden langfristige Verträge mit Ihnen abgeschlossen. Sie können sich also darauf verlassen, regelmäßig etwas zu verkaufen. Und wenn es nötig ist, bekommen Sie sogar einen Vorschuss. Das hört sich gut an. Für die Einhaltung von bestimmten Richtlinien, zum Beispiel dem Verbot von Kinderarbeit, gibt es häufig zusätzlich zum bezahlten Preis auch noch eine Prämie. Und mit dieser Prämie können die Leute dann Straßen oder Brunnen bauen. Oder sie wird für medizinische Versorgung oder für Fortbildungen verwendet. Was du alles weißt! Ja. Besonders Frauen und Mädchen sollen davon profitieren. Menschen sollen mit ihrer Arbeit so viel verdienen, dass sie davon leben können. Toll, Tobias. Ich finde es schön, dass du dich mit solchen Themen beschäftigst. Na, das ist das Thema von meinem Referat. Ach so. Ich verstehe. Aber was machen wir jetzt mit der Schokolade? Na, essen. Aber dazu trinken wir einen fair gehandelten Tee. Frau Kant, haben Sie einen Moment Zeit? Ich wollte noch einmal mit Ihnen über den Messetermin sprechen. Natürlich, Herr Freise. Ja, die Messe. Ich habe schon alles organisiert. Hotels gebucht, den Messestand reserviert. Dieses Jahr haben wir auch groß unser blaues Logo drauf. Tyson KG. Wir garantieren für Sicherheit. Das ist ja großartig. Aber mir ist gerade eingefallen, dass wir ja auch noch Werbegeschenke brauchen. Wir haben noch ein paar Kulis vom letzten Jahr. Die werden aber nicht reichen. Und ich habe mir überlegt, wir machen etwas Neues. Ähm, Flaschenöffner vielleicht? Neulich wollten wir bei einem Picknick... Wieso jetzt Flaschenöffner? Wir arbeiten im Bereich Computersicherheit. Da sollte es etwas sein, das zu uns passt. Wie wäre es mit USB-Sticks? So etwas braucht man doch immer. USB-Sticks, ja, das ist eine gute Idee. Mit unserem Logo drauf. Ah ja, wir brauchen 500 Stück. Recherchieren Sie doch bitte mal im Internet, wer das am günstigsten anbietet. Ja, das mache ich. Und denken Sie aber bitte auch an den Liefertermin, damit wir die Sticks spätestens drei Tage vor der Messe am 15. Mai haben. Herr Freise, kann ich Sie kurz stören? Aber immer! Ja, also, ich wollte kurz auf die USB-Sticks für die Messe zurückkommen. Ich habe die Angebote schon vorsortiert. Zwei würden in die engere Wahl kommen. Haben Sie ausgerechnet, welches günstiger ist? Wir haben das Budget für die Messe bereits überzogen. Also, die Firma Finke Werbegeschenke. Die wollen 4,45 Euro und geben 2% Skonto bei einer Zahlung innerhalb von 21 Tagen. Und das andere Angebot? Die Firma Hacherl. Der Skonto ist der gleiche und da gibt es ab 200 Stück einen Mengenrabatt von 3%. Mengenrabatt, das ist gut. Rechnen wir doch mal. Also, Stückpreis 4,95 Euro, minus 3% Rabatt. Da kommen wir dann auf 2400,75 Euro. Hm, da ist das Angebot von Finke doch das günstigere. Dann nehmen wir das. Ja, aber die Lieferfrist. Das wollte ich Ihnen ja sowieso schon sagen. Wie, die Lieferfrist? Erst habe ich auch gedacht, wir nehmen das Angebot von der Firma Finke, weil das günstiger ist. Da ist aber die Lieferfrist zu lang. Die könnten erst zwei Tage vor dem Messetermin liefern. Na, da brauchen wir ja gar nicht länger reden und rechnen. Dann kommt sowieso nur diese, äh, diese Firma Hacherl in Frage, wenn nur die zeitgerecht liefern kann. Und so viel günstiger ist das andere Angebot ja auch nicht. Da haben Sie recht. Dann werde ich die Bestellung schnell fertig machen. Herr Freise, die USB-Sticks sind da, allerdings... Oh, das ist ja großartig. Geben Sie mir doch bitte gleich die Rechnung. Wir überweisen sofort, dann bekommen wir den Skonto. Also, also ja, 2400 Euro 75 plus 19% Mehrwertsteuer, also 2856 Euro 89 und dann ziehen Sie noch den Skonto ab. Das wären dann 2799 Euro 75. Okay. Herr Freise, einen Moment bitte. Es ist etwas ganz Dummes passiert. Schauen Sie mal, die Farbe... Das darf doch nicht wahr sein. Das ist doch nicht das Blau von unserem Logo. Unser schönes Tyson-Blau. Violette Sticks. Das hat gerade noch gefehlt. Dann schreiben Sie aber bitte ganz schnell eine Reklamation. Für eine neue Lieferung reicht ja die Zeit nicht mehr. Also, jetzt wollen wir zumindest einen kräftigen Preisnachlass. Ja, natürlich, Herr Freise. Wird sofort gemacht. Ich setze jetzt gleich das Schreiben auf. Ich heiße Max und einkaufen macht mir einfach Spaß. Wenn ich mal richtig schlecht drauf bin, gehe ich shoppen. Ich bin dann total spontan und kaufe, was mir gefällt. Okay, manchmal auch Sachen, die ich echt nicht brauche. Der Preis ist mir dann auch ziemlich egal. Es kann passieren, dass ich auf meinem Konto ins Minus rutsche. Aber dafür bin ich immer super schick angezogen. Hallo, ich bin Mascha. Wie ich einkaufe? Nun ja, also, Qualität ist mir absolut wichtig. Egal, ob bei Bekleidung oder Lebensmitteln. Es stimmt auch nicht, dass die dann immer teurer sein müssen. Die meisten Supermärkte haben heute zum Beispiel Bioprodukte, die kaum mehr kosten als normale Lebensmittel. Außerdem schaue ich mir vor dem Einkauf immer die Prospekte an und achte auf die aktuellen Sonderangebote. Da bekommt man auch Markenprodukte zum Schnäppchenpreis. Hi, ich bin Eugen. Also, einkaufen finde ich ziemlich nervig. Aber ich habe einen gewissen Ehrgeiz entwickelt, der das Ganze dann wieder spannend macht. Wenn ich irgendwas Größeres brauche, zum Beispiel einen neuen Computer oder einen Staubsauger oder so, dann suche ich manchmal stundenlang im Internet, um garantiert den niedrigsten Preis für das Produkt zu zahlen. Das ist wie ein Sport. Ja, und meine Lebensmittel, die kaufe ich im Discounter. Da finde ich alles, was ich brauche. Ja, alles dort ist relativ günstig und es geht schnell. Technikmarkt Selbart. Guten Tag, Sie sprechen mit Frau Huss. Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, hier spricht Andreas Meiser vom Sportstudio Fühl Dich Fit. Wir haben letzte Woche ja zehn Fernseher für die Eröffnung unserer Filiale in der Wilhelmstraße bei Ihnen gekauft. Sport auf dem Laufband und dabei Fernsehen wird immer beliebter. Aber leider scheinen zwei Geräte kaputt zu sein. Ah, ich verstehe. Können Sie mir das Problem näher beschreiben? Ja, also wenn ich sie einschalte, kommt zwar ein Bild, aber nach ein paar Minuten ist der Bildschirm schwarz. Können Sie mir bitte das Modell nennen? Ja, klar. Die sind alle vom gleichen Modell. Merkur TS-205. Aha. Haben Sie kontrolliert, ob das Kabel auch richtig in der Antennenbuchse, also dem Anschluss für das Antennenkabel, steckt? Sicher. Das ist alles in Ordnung. Gut. Wir schicken den Reparaturservice vorbei. Bitte legen Sie die Garantieunterlagen bereit. Wann würde es Ihnen denn passen? Könnte jemand gegen 17 Uhr vorbeikommen? Wissen Sie, wir eröffnen in zwei Tagen. Deshalb ist es wichtig, dass wir das Problem bis dahin lösen. Moment. Lassen Sie mich kurz nachschauen. Ja. Am späten Nachmittag passt es. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Nein, nein. Sie haben mir sehr geholfen. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Gern geschehen. Auf Wiederhören. Gut. Vielen Dank.